Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakhaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hoher. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn. Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Das ist der beste Weg rein. Der Fahrzeugkontrollpunkt ist direkt vor uns. Nichts weg, Kamarov. Das könnte klappen. Vulture 1-6. Wir sind in Position. Bravo 6. Vulture 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, klettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf mein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. Der Rest folgt mir. Man. 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 Gebiet gesichert. Alles klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Man, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl anzugebe. So, ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden. Alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BNP. Wir müssen ihn lieben kriegen. Also Vorsicht beim Feuer. Warten. Warten. Alles weiter. Wir haben die Sicherste. Eigentlich ist das Ziel vor dem BNP. Ihr nehmt den Turm mit. Festhalten! Scheiße! Das Ziel versuchst du entkommen! So, nehmen Sie sich quicks und verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die falsche Verstärkung. Bravo Team, hier Watcher 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheiß schnell. Okay, er verlässt den Schottschlag in Richtung Nordwesten. Flappt ihn euch. Los! Los! Okay, das Ziel bewegt sich nach Norden, zu den Außenbezirken der Stadt. Der Typ ist scheiß schnell. Er darf nicht entkommen. Vorsicht, in diesem Gebiet wimmelt es vorfeindlichen Verbänden. Over. Vorsicht, Feuer. Wir brauchen den Kerl lebend. Das Ziel bewegt sich wieder. Über die Seitenstraße links. Könnt ihr ihn vielleicht abfragen? Verstanden? Verstanden! So, durch die Straße da links! Lasst sie nicht entkommen. Bewegung! Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite dieses Zauns. Die Straße! ünft зал Überرا99 1. Einheit, 1. Stock rechts. Jawohl, du hast ihn. Bewegung auf den Dächern. Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Einer ist hinter der umgekippten Mülltonne. Feind bei der Mülltonne. Verstanden. Beeilung, Beeilung, das Ziel entkommt. Feinde nähern sich. Verbündete auf der linken Seite. Gebt mir Feuerschutz. Zwei Ziele. Achtet auf das grüne Auto hinter der Ecke. Lass sie hoch. Wir verlieren ihn. Los, los! Ja, alles klar. Feinde nähern sich über den Parkplatz, dem fünfstöckigen Gebäude. Vulture 1-6. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden. Das EM-Beschuss ist sicher bereit. Verstanden. Ok. Alle Ziele ausgeschaltet. Wir können weiter gehen. Bravo Team. Besteht Sichtkontakt zum Ziel over? Bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Ziel bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes, erster Stock. Der kommt! Sieh links von dir eine Etasche höher, da ist dein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Sieh die Diefen für Wolle zurück. Moment, ich hab diese Tür. Okay, alle Ziele ausgeschaltet, sie können weitergehen. Bewegung auf dem Dach, bereit halten. Ja, ID positiv, das Ziel ist auf dem Dach, er gehört dir. Runter mit der scheiß Waffe, runter! Ich kann ihn ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen, das Risiko ist so hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Zakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach, scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir.